Es ist gar nicht so einfach, so ein schlechtes Deutsch richtig vorzulesen. Ich möchte meinen Gestotter zwischendurch schon mal im Voraus entschuldigen. Hamedi bestückte Kreissägeblätter für alle handelsüblichen Elektro-Handkreissägen. Hot-Metall bestückte Kreissägeblätter haben eine höhere Standzeit als Vollstahisägeblätter und sind geeignet für Lang- und Querschnitte in Ellen, Naturhölzern, Plattenwerkstoffen, Glasfieber und Kunststoff. Einige Sägeblätter sind auch im NE-Ausführung erhaltlich für Aluminium, Messing etc. Hamedi bestückte Kreissägeblätter eignen sich nicht für Stein, Keramik, Beton oder Eisen. Mit der Sicherheitshinweise in den Maschinenhundbüchern beachten. Vor dem Veratteln erst den Stecker ziehen. Keine lose Arbeitskleidung, Schmuck oder Handschuhe tragen, die sich in die Kreissäge verfahren könnten. Auf fester Werkstück Spannung achten. Skuts vor Richtungen und Funktion der Kreissäge überprüfen. Schutzbrille tragen. Hinweise. Das richtige Sägeblatt auswählen. Stecker aus der Steck-Aose ziehen und das Sageplan mit dem Pfeil in Sägerichtung einsetzen. Sicherungsmodel anziehen. Dann Sägeblatt per Hand drehen und prüfen, dass es richtig aufsitzt. Für beste Schneidleistung Sägeblatt 2-6 mm tiefer eintrellen als das zu schneidende Material. Material und Säge lässt unruhig halten und die Kreissäge mit maximaler Drehzahl arbeiten lassen. Für Höchhälte, Stahl und Zeit, Sägeblatt immer schert und frei von Harz halten. Garantie. Wir halten für Mängel in Bezungen, Aoi, Material und Produktionsfahler. Weitere. Untertitelung des ZDF, 2020